Und weiter geht's. Wir beide Rindviecher. Was? Esse. Ihr regiert mich komplett mit kleinen Pisser. Ich könnte... Mach was, reg ich mich auf? Du hohler Schwachkopf. Wisst ihr eigentlich, die Beschwissen die letzten Tage für mich waren? Nein! Weil ihr Idioten seid! Weg euch stehe ich vor dem Nichts! Ihr macht mich krass! Ich hab mir schon, sie alles geregelt. Nein, Lynch! Pisser! Du hast eine Minute verloren! Gar nichts ist geregelt! Scheiße! Werft sie einfach auf den Müll, wenn ihr fertig seid! Das verzweifle ich. Mist, Deckung! Lynch, schieß! Ich bring dich auf, Läger! Okay, jetzt kämpfen wir also gegen... gegen die Mannen von unserem Auftraggeber. Bam! Boah, und wir haben sehr coole Outfits an. Och, scheiße. Sorry, aber... das muss so sein. Mann, hier kann ich... Oh, oh. Jetzt kann ich keine Deckung nehmen, aber hier. Bam, 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 bam. So. Und... Nein! Ah, geht doch. Ach, da! Da ist die Party! Scheiße! Leg dir die Uhr hin, die Gruppe! Nein, uns kriegt ihr nicht umgelegt! Okay, das war wohl etwas falsch gedacht. Hahaha! Ja, das hat gut gepasst. Egal. Och, nee, können wir das nicht überspringen? Ach, schade. Hey, hältst du noch durch? Ich... Ich will das einfach nur hinter mich bringen. Linchi! Kane! Bin ich froh, euch zu sehen. Wollt ihr ein bisschen Geld machen? Ja. Höldes Arschloch, Lynch! Nein! Ihr beide! Rindfischer! Was? Vor dem Nichts! Ihr macht mich krass! Ich hab mir Chancé alles geregelt. Nein, Lynch! Pisser! Du hast eine Nutte verloren! Gar nichts ist geregelt! Scheiße! Werft sie einfach auf den Müll weg, ihr werdet seid! Ja, Möge! Der kommt! Rindfischer! W� 15! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Werft! Der kommt! Ich hab dir gedacht. Ich hab dir gedacht, ich hab dir gedacht, ich hab dir gedacht! Ja, ich hab dir gedacht! Wollt ihr zuerst so sein! Der wär weg. Der wär weg. Der wär nicht weg. Aber jetzt komm, 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 komm. Du bist so gut wie tot, Glazer. Mann. Mann. Komm schon, komm schon. Komm, sag nochmal Piep. Nein. Ich dachte, wir wären Partner. Du bist der Reden, Glazer. So ist es. Wenn ich mich davor abkratze. Ja, so ist es. Sie haben mächtig neben die Schüssel gek... getötet. Oh, oh, oh. Wer? Schießt da. So. Jetzt sind noch da oben die Affen. Nein. Puh, ah. Ich versuche mich hier gerade echt zu konzentrieren. Ich will nämlich nicht noch mal... ...die Sequenz vom Anfang sehen müssen. Oh, okay. Naja, der ist von der Treppe gefallen. Okay. Komm, komm, komm. Hier hin. Ja, komm, Lynch. Kane, wie auch immer du bist. Ich werfe es die ganze Zeit durcheinander. Hä, wieso? Wo ist denn der? Zu früh gefreut. Da ist doch gar keiner. Mann. Nein. Jetzt gleich gibt es bestimmt eine Explosion. Laser! Sch, hit! Okay, ich denke mal, dass... ...die Straße... ...geht auch nicht. Wo ist denn hier das Radio? Naja, egal. Boah. Oh, da! Ja, das kam mir jetzt ein bisschen überraschend. Ähm. Was... Was war denn da gerade? Was ist das? Ach, ist das... ...die AK? Keine Ahnung, was das so ein... Ne, die AK haben wir. Wow. Das schreckt mich nicht so. Okay, ähm... Ich würde jetzt gerne die Schrot finden. Die Mütte wieder haben. Ja, oh Gott. Danke sehr, Herr Leiche. Sekunde! Ah! Ah! Okay, wenn ich ihn in die Finger kriege... ...dann halt dich bloß zurück. Entspann mich mal, Lynch. Ich will immer noch mein... Mein... Da ist da! Nein, das... Das... Das werdet ihr nicht. Ich werde euch fertig machen. Äh... Da lang. Das war offensichtlich. Zurück! Halt dich auf! Verdammt! Haha, nee, wir sind unbesiegbar. Kannst gegen uns nichts machen. Hier lang. Oh, okay. Sequenz. Kleine Britensau. Haha. Ja, schießt! Äh... Ach so, okay. Klitschling! Wir können reden! Ach, ach... Komm schon! Genug gerätet! Komm schon! Ich... 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 Ich hatte keine Wahl! Du... Du... Hättest noch dasselbe getan! Hör zu! Ich sag... Shang-Chi! Sie ist tot! Ihr könnt das Land verlassen! Ab! Häng zu! Ich hab'n Flugzeug! Was zur Hölle! Mann! War es Shang-Chi's Geist? Nachfüttel! Fuck! Shang-Chi ist hier! Oh! Ihr wollt überweser an uns rankommen! Das Ganze ist ne scheiß Pfanne! Wir müssen weg! Was ist mit deinem Geld? Da geh es jetzt! Es ist vorbei! Keine Chance! Wollt ihr überleben? Müssen wir aus Shanghai raus! Jetzt! Oh, Mann! Boah! Was geile... Was geile Waffen die haben! Ziehen wir es durch! Da-da-da-da-da! Boah! Was ist das denn schon wieder? Boah! Haben die geile Waffen jetzt hier? Bam! Und... Ja! Und ich bin tot! Aber die haben coole Waffen! Scharfschütte! Fuck! Schallziehen Sie! Die vernichten ja! Ihr wollt überweser an uns rankommen! Das Ganze ist ne scheiß Pfanne! Mann! Stepp doch mal! Oder singt Karaoke oder so! Was man hier in diesem Land so macht! Keine Chance! Wollt ihr überleben? Müssen wir aus Shanghai raus! Jetzt! Okay! Oh, Mann! Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Nein! Wir müssen weg! Ziehen wir es durch! In die Eier! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Genau. Das ist fein gemacht. Brav. So, dann leite ich die mal durch. Und... Wer wo... Ach, da, okay. Ja. So. Wer möchte noch gerösteten... Ähm, Japaner. Chinesen. Ah, luke doch nochmal um die Ecke. Komm schon. Genau so. Ich sehe da jetzt auch keine Gas... Flasche. Die wir anschießen könnten. Boah. Moment. Ich habe eine Idee. Ich nehme diesen Acetylbehälter. Pures Glück, dass ich gerade richtig... Ich habe... Habe ich jetzt gerade... einen Typen damit getötet? Naja, auch nicht schlecht. Komm schon. Ey. Komm doch mal raus. Ich will dich töten. Das ist doch nicht so schlimm. Mach nur kurz... Pieks... Macht kurz Pieks. Genau. Pieks kurz und dann... ist alles wieder vorbei. So, und das hier... Boah. Das ist mir liegen. Das ist ja schlimm. Ich fühle mich schon ein bisschen... mit dem... Nein. Denn wir sind ein blutrünstiger, krimineller Psychopath. Runter hier. Ah, Schip. Geld. Das ist noch mehr. Wo? Ach, da. Halt sie aus. Sag das doch. Ja, gehen Sie. Halt. Nein, umgehen davon halte ich nichts. Ich will ja auch ein bisschen Spaß haben. Oh. Ja. Ja. Ach, da. Boah. Noch einer. Geh weg. Mann. Warum treffe ich das Teil nicht? Ja. Das will ich aber doch mal versuchen. Toll, hat nichts gebracht. Vorsicht! Was ist das jetzt schon der für eine Waffe? Ken! Spinn deinen Arsch hierher! Ach, die. Also von Deckung halte ich nichts. Hey! Geh auf! Hallo! Der ignoriert das einfach. Wo ist der? Es werden immer mehr! Naja, egal. Schanzi schickt immer mehr scheiß Männer! Oh Mann! Aber die kriegen sie klein! Müssen wir wohl! Also los! Ach nö! Kommt schon! Vorwärts! Auf hier mein Kopf! Ja! Ja! Yeah! Los! Moment. Wo ist der Behälter? Oh, ich renne hier einfach mal ein bisschen durch. Mal gucken, was sich hier finden lässt. Stehnt nicht zurück. Bist du bereit? Ja! So an dieser Stelle werde ich den Part. Bis zum nächsten Part. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö에